Ja, Hallihallo in diesem Video. Ja, wie ihr seht, ich bin mit unserem Atto 3 unterwegs. Wir haben jetzt aktuell 13% und minus 3 Grad Außentemperatur. So, und ich habe mal gedacht, ich bin hier an einer Raststätte, an einem EnBW-Schnelllader, also 150 kW, aber da ja knapp unter 90 kW, also irgendwo bei 80, 88 kW, der Atto 3 DC laden sollte oder könnte, bin ich jetzt mal gespannt, ob das hier besser läuft, wie mit unserem MG4, entsprechend mit unserem Standard. Denn beim Standard ist es ja so, da haben wir eine andere Situation, der hat keine Batterieerwärmung oder Heizung, Erhitzung. Ja, so ist das richtige Wort. Ich würde jetzt sagen, nach dem Intro geht es los und ich lasse euch mal mit drauf schauen auf die Ladestation. Wie es hier aussieht, es ist sehr, sehr kalt, kann ich euch nur sagen und ich bin mal gespannt, wie sich der Atto 3 jetzt hier im DC-Bereich schlägt. So, also ich sage ja, es ist sehr, sehr kalt. Ich möchte mal den Stecker hier versuchen abzuziehen. So, erste Hürde ist ja schon mal für mich jetzt die Gewohnheit hier bei dem neuen Ladesystem, dass man da relativ weit vorfährt. So, angesteckt ist das Auto. Uh, ist das kalt hier. So, jetzt wird natürlich die Auto-Charge-Prüfung gemacht, aber jetzt muss ich erst mal die Ladekarte suchen, denn wir haben das Auto natürlich noch nicht registriert. So, und mit Ladekarte laden machen wir jetzt mal. Halten hier dran. Ich hoffe, das geht. So, die Auto-Charge-Prüfung ist abgebrochen worden. Hui, ich hoffe, ich zähle hier jetzt nicht ganz so stark, weil es wirklich sehr, sehr kalt draußen ist. Es hat auch ein bisschen geschneit. So, die Station summt schon mal ganz munter los und ich möchte jetzt gleich wieder ins Auto oder noch kurz an die Ratsstätte, je nachdem wie lang das Ganze natürlich auch dauert. Denn wir wissen ja jetzt auch nicht, wie es mit der Ladekurve hier aussieht. Also, ihr seht, 13% Hammer. Ich muss jetzt hier echt ruhig halten. So, 13% Hammer. Wir steigen an ein... Ach, nehmt's mir nicht krumm heute. Ich bibber, ich zitter. So, 52 kW, fast 53 kW. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht mit 13%. Ja, manche sind da vielleicht Besseres mit einem NMC-Akku gewöhnt, aber mit einem LFP-Akku muss man einfach hier sagen, ist die Leistung immer ein bisschen kleiner. Boah, ich zitter echt wirklich ganz brutal. Ich friere heute. Wir waren jetzt ein paar Minuten unterwegs. Der Akku ist jetzt auch nicht wirklich perfekt warm. Wir haben nur 3-4% mal vorhin in der Garage geladen. Musst jetzt hier in der Nähe, an dem Bahnhof, noch jemand abholen. Und jetzt momentan nur noch ich und meine Tochter. Wir gehen noch mal rein. Wir wollen jetzt nicht den Herrn Rosberg hier noch sehen. So, gehen wir noch mal drauf. Wahrscheinlich müssen wir noch mal die Karte hinhalten. So, jetzt geht er rein. Ladekurve. Schon mal kurz umschalten. Ja, also, die Ladestation ist heute auch nicht die schnellste. Macht er nicht. Okay. Wenn nicht, schauen wir da gleich noch mal drauf. Ich wollte euch einfach mal in der Schnelle mal mitnehmen. Wir sind jetzt schon bei 15%. Das ist schon mal ganz gut. Und er würde 1 Stunde 5 Minuten für die restliche Zeit angeben. Ich würde sagen, ich mache hier ein kleines Päuschen, verziehe mich jetzt erstmal ins Auto, denn mir ist verdammt kalt. So, jetzt im Wagen ist es doch etwas angenehmer. So, und das Gute ist ja, wir können auch hier mal drauf schauen im vorderen Info-Terminal hier im Display. Hier sehen wir auch, es wird geladen. 16% sind jetzt drin und 53 kW, auch wie in der Ladestation angezeigt, werden hier entsprechend zum Laden verwendet. Also, auch hier 1 Stunde 4 Minuten. Das heißt, die Kommunikation scheint auch ganz gut zu laufen zwischen Station und Auto. So, und ja, während ich mich ein bisschen aufwärme, ja, jetzt geht es sogar noch ein bisschen höher, lassen wir die Station einfach mal laufen. Und ich zeige euch natürlich gleich noch das Ergebnis, wenn wir so weit sind und weiterfahren, weil ganz voll machen wir natürlich nicht. Aber, dass man mal einfach mal einen Eindruck bekommt bei minus 3 Grad, wie es hier aussieht mit dem Thema Laden, dann, ob das doch einen deutlichen Unterschied gibt, gerade zum MG4 jetzt. Denn ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt hier mit dem kalten Akku, wo man sich jetzt nicht viel gefahren angekommen wäre, da wäre ich dann wahrscheinlich bei, sagen wir mal so, irgendwo 15, 20, sagen wir mal 20 kW, würde da jetzt reingehen dann entsprechend. Vielleicht auch ein bisschen mehr dann, wenn er sich dann erwärmt, weil beim stark oder schnellen Aufladen, beim starken Aufladen, dann erwärmt sich natürlich auch der Akku. Und hier mit dem Thermomanagement bin ich jetzt mal ganz, ganz gespannt auf die Ladekurve. So, also, ich habe das Auto wieder verlassen, die schöne warme Zone. Ja, und jetzt schauen wir mal, ich drehe mal die Kamera auf das Display hier drauf. Wie wir hier sehen natürlich, wird wahrscheinlich wieder der Vorgang nicht angezeigt, wenn wir nicht die Karte hinhalten, das machen wir jetzt. So, und wir sehen, wir sind jetzt bei circa 51 Prozent entsprechend. Wir hätten jetzt noch circa 50 Minuten Restzeit. Wir sind jetzt 25 Minuten hier gewesen, 13 Prozent eingestiegen. Und hier seht es, 59 kW. Probieren wir mal, ob er mir die Ladekurve anzeigt. Macht er aber nicht. Schade, schade. Weil, also, wir waren jetzt kurzfristig sogar über der 60 kW. Ah ja, okay, jetzt kommt es. Also zweimal drücken. So, und wie wir hier sehen, hat er hier einen Peak gemacht. Also, wir waren bei fast 67 kW. Hier ist die maximale Ladeleistung, wie wir hier mal angezeigt, 60,8 kW. Das heißt, das ist schon irgendwo auch eine sehr abgestimmte Kurve, wenn ich jetzt das mal so sehen würde. Denn das Thermomanagement und das BMS, also das heißt, das steuert auch das Thermomanagement in einem Battery Pack. Das ist jetzt hier auch verantwortlich für die Regelung dann auch entsprechend, wie geladen werden kann. Wir sehen hier einen sehr, sehr waagerechten, ja, eine sehr, sehr waagerechte Linie dann entsprechend. Der Graph ist sehr, sehr gleichmäßig. Das heißt, hier ist wahrscheinlich der Fokus einfach drauf gewesen, dass man hier gesagt hat, okay, das Auto soll gleichmäßig konstant hochladen und jetzt nicht richtig das Ganze battlen. Das ist immer ein bisschen schwierig, so bei kalten Temperaturen natürlich. Aber ich denke, wenn wir jetzt mal sehen, es ist eine Extremtemperatur. Wir haben jetzt minus 4 Grad sogar schon. Und ja, ich denke, das Auto hat jetzt in nicht ganz einer halben Stunde eigentlich schon mal relativ viel Energie. Wir haben jetzt 26, 27 kWh reingeladen. Also finde ich doch eigentlich gar nicht so schlecht für so einen extremen Temperaturbereich. Ja, mit minus 4 Grad hier an so einer Station zu laden, da erwarte ich wirklich auch gar nicht viel. Und ich muss sagen, der Auto 3, er schlägt sich doch sehr, sehr gut eigentlich im Verhältnis bei frostigen Temperaturen. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich mit einem ausgekühlten Akku, der vielleicht momentan viel draußen stehen muss oder auch, ja, ich sage jetzt mal, beim MG4 Standard ohne das Thermomanagement vielleicht so bei 20 kW eingestiegen wäre. Da wäre sicherlich auch noch ein bisschen höher gegangen. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, hätte ich jetzt gar nicht so viel erwartet und zweimal nicht jetzt so viel beim Auto 3 dann entsprechend. Andererseits muss man auch sagen, wir wussten ja, es hat jetzt hier ein Thermomanagement verbaut. Also hoffen wir doch, dass das Ganze hier auch deutlich besser funktioniert. Aber ich sage jetzt mal, jetzt permanent hier gleichmäßige Linie mit 60 kW finde ich ja eigentlich schon ganz okay. Unter anderen Bedingungen werde ich natürlich wieder euch das hier auch dokumentieren und auch euch mitteilen, wie man hier zufrieden oder nicht so zufrieden sein kann. Auch die negativen Dinge werde ich natürlich euch wieder bringen. Ja, wenn ihr viel unterwegs seid, müsst auch viel laden, dann habe ich hier jetzt gleich noch einen Hinweis und bin dann auch soweit fertig mit diesem Video. Also bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Ciao! Ihr seid viel unterwegs mit eurem E-Auto und macht viele Kilometer und müsst dazu auch noch viel DC laden? Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie steht es denn um den Gesundheitszustand meines E-Auto-Akkus? Macht doch hierzu einfach einen Test. Zum Beispiel den Premium Battery Test von Avilo. Über eine Shop-Funktion könnt ihr euch diese kleine Box nach Hause senden lassen. Schließt diese dann an eurem OBD2-Anschluss eures Fahrzeugs an und ladet es zu 100% auf. Danach habt ihr bis zu 7 Tage bequem Zeit, euren Akkustand auf 10% herunterzufahren. Anschließend bekommt ihr von Avilo ein Zertifikat zu eurem Gesundheitszustand eures Akkus. Wenn ihr auch mal euren eigenen persönlichen Avilo Premium Battery Test machen möchtet, dann klickt doch einfach unter dem Video auf meinen Empfehlungslink. Außerdem könnt ihr mich auch beim Kanal unterstützen für weitere Battery Testing Videos. Also nicht vergessen abonnieren! Bis zum nächsten Mal!